Bisschen dancen? So, Leute, wisst ihr was? Also, keine Ahnung warum dieser Rotz die meisten Daumen hoch hatte im letzten Frittje-Video, aber wir werden's machen. Lind-Orangen-Schokolade! Wer zum Teufel lässt sich sowas einfallen? Ich mein, wollt ihr uns eigentlich umbringen? Wir fanden das Gelee-Dominostein schon scheiße und jetzt setzt ihr uns sowas vor. Was soll das, he? Okay, wir machen's. Wird bestimmt mega eklig. Aber? Einmal mit Bacon Einmal ohne? Haben wir noch Bacon? Wir haben noch Bacon. Hast du sicher? Hast du auch zwei gekauft? Ja, haben wir noch Bacon. Das geht eigentlich nicht. Ich die Bacon-Aufglichter. Wahnsinn! Aber kein Videobeweis. Das heißt, der war schon vorher auf. Nein. Macht er den Kiesling hier. Macht er den Kiesling hier. Hier war der die Schuhe hier. Phantom Bacon. Gefunden auf Otto.de. Das wird wieder frittiert und wir kotzen es wieder aus. Super. Du machst mit mir eigentlich mal ohne. Finde ich eine gute Idee. Ja, dann macht er. Ja. Entspann mal deine Leber. Ne, die ist nie entspannt. Und Platz auf dem 3-Meter-Turm. Wui! Ja, abgestürzt. Nicht sterben, Genickbruch. Können wir leider nicht essen. Wird das Video wieder ab 18 hier? Geil. Wie ein toter Schokolade. Ja. So ungefähr. Das ist schon der Ekel. Du kannst nebenbei auch schon mal ein bisschen was machen. Nicht neben mir stimmen meine schönen Arsch bewundern. Ja, ich bin unterwegs. Also was wir alles für euch tun, ist schon bemerkenswert. Du, ich mach da einfach nur mit. Pippo, du musst es machen. Oder halt eher. Jawoll, es geht runter. Feuer, das dann noch runter geht, wie bitter. Das ist ja gar nicht nix zur Seite hier. So, ein paar Sekunden. Sie ist mittelbraun. Gleichmäßig im Ton. Und hat eine seidig glänzende Farbe. Mit kleinen Mandelstücken. Mandel? Dann kann ich es gar nicht essen. Oh, gewiss bei der Falchen. Oh, waschintenz ist das ja wohl. Mandel und Orangestücke, der braucht. Ich glaube, ich beide essen, der bringt. Ich darf kein Mandel essen damit, mir voll schlecht von. Der ist doch geil. Nein, nein. So, raus damit, sonst ist das recht. Oh, 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 oh. Schusswunde. Schusswunde. Das ist wahrscheinlich nur noch. Es ist wahrscheinlich keine Schokolade mehr drin. Ja, Schusswunde. Yeah. Naja, ein bisschen sehe ich noch. Isst das bitte. Was denn, ich darf jetzt beides essen, weil, ne, ich hab mir meine Alergie gefressen. Nein, du müsstest nicht, wenn du wirklich allergisch bist. Ne, jetzt, jetzt tue ich es dir richtig reinbohren. Vielleicht dir nachher auf die Couch reiern. Dann gibt es das Video, wie Robe alles aufputzt. Der, das sieht gut aus. Wie war das? Warte. Hier, hab ich schon das Portraitfoto. Da geht's richtig ab. Da ist das los. Ich halte mich jetzt mal bedeckt, weil ich da sehr viel Respekt vor habe. Frittierte Mandel, Schoko, Orangen. Für 1,95 bitte. Ich kotze jetzt schon. Ich kotze hier alles voll. Also, 2,95 bitte. Einen Drachen. Oh, oh, oh. Sag den Leuten, wie gut das fit ist. Was der denn hier ist. Ich dachte, wie es jetzt in die Fritösische Spüche. Oh, oh. Nicht gut? Was? War das jetzt gut oder war das ja nicht gut? Oh, das ist widerlich! Was tut der jetzt an? Während der Wolf noch in seinen Busch hockt und sein Geschäft verrichtet und sein Geschäft verrichtet Ich halt schon mal hin, weil... Bei mir musst du dich zum Klo stellen Da kannst du Kartons hängen Nee, gar nicht Komm, zeig Das ist die Busch, ey Jawoll Und der Gaumeninhalt noch schön in die Kamera Das war wieder nicht Der Feuerwehr Bitte nie wieder solche Dumb-Gumments Bitte nie wieder Leute, wenn ihr uns umbringen wollt Schrecklich Das war noch schlimmer als die Dominosteine Ja, fand ich auch Boah, ist das widerlich gewesen Nee Wir müssen den Mund ausspülen Ja, ich werde mir den Mund jetzt auch ausspülen Und ihr schreibt jetzt in die Kommentare was Gescheites Was wir als nächstes frittieren sollen Sowas nicht mehr Sowas brutal wie das ist Das Angriff auf meine Menschenrechte Ja Hallo meine lieben Freunde Ich hoffe es hat euch gefallen Das war's für diese Folge Wenn ihr eine Menge Spaß hattet Dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben Denn das würde mir sehr helfen Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr eklige Frittiervideos Dann klickt einfach hier rechts Auf den Frittieren Button Denn dort könnt ihr euch eine ganze Playlist voller ekelhafter Frittiervideos reinziehen Und wenn ihr lieber sagt Nee, das hat mir jetzt erstmal gereicht Das war eklig genug Dann könnt ihr hier links die Let's Plays Wo wir weiter gucken Da kommt ihr auf eine Playlist von über 100 angefangenen Let's Plays Da sollte auf jeden Fall was dabei sein, das euch gefällt In diesem Sinne Wenn ihr den Wolfpack noch nicht gejoint seid Dann klickt unten auf Abonnieren Und sonst sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder Haut rein!